Die ist total schön. Entschuldigung? Priester, Straße 12. Du warst mit deiner Freundin da. Nein, das war meine Schwester. Was willst du? Ich dachte, vielleicht können wir uns mal verabreden. Ich kann euch nicht helfen. Wir haben gewisse Regeln, die für alle gelten. Genau dafür gibt es diese Termine. Selbstauskünfte, Schufa. Zum Verabreden. Wieso schaute ich Wohnungen an, die ich bezahlen kann? Können bezahlen? Wir haben bloß nicht dieses dumme Zeug wie Steuernummer und Schufa. Die Wohnung ist zur Sanierung zurückgestellt. Wie viel willst du? Es gibt nichts umsonst. Wir helfen Leuten ohne Papiere, besorgen Jobs. Wir haben gehört, du kannst Wohnungen besorgen. Wer sagt das? Das haben wir ja gehört. Warum lügt ihr mich an? Beide. Ihr seid keine Geschwister. Du bist ja noch nicht mal Polin. Geschwister sind immer die Guten. Halten immer zusammen. Was willst du? Möchtest du gerne in der Mitte liegen? Es geht hin und her. Ganz nah. Und dann ganz weit weg. Erfolg Peach. Genga. Allesg � terms. Allesgennen.